So, ich zeige euch die Funktion von der Alarmanlage beim Felken. Ihr habt eine Fernbedienung. Hier oben ist ein Knopf. Damit ist er abgeschlossen und die Alarmanlage ist aktiviert. Das heißt, wenn einer kommt, Deaktivieren ist der gegenüberliegende Knopf. Mit dem Symbol Schlüssel offen. Des Weiteren haben wir noch eine Funktion beim Felken. Wir können auf den Blitz drücken. Und jetzt haben wir die Keyless Go Funktion eröffnet. Das heißt, wir können jetzt quasi losfahren. Zum Deaktivieren den Knopf da drüber. Drücken. Jetzt ist der Roller aufgeschafft. Noch mehr Fotos und Videos, die besten Preise und Preisaktionen, findest du auf unserer Homepage elektroller-futura.de. Wenn du keines unserer neuesten Elektro-E-Scooter, E-Bike und Elektro-Kabinen-Roller-Videos verpassen willst, abonniere jetzt den Kanal von Elektro-Roller Futura. Und wir kommen zumеловat. Das war eine von unserer Tempe, einere